Yo, moin Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ich bekomme in meinem Stream twitch.tv slash flottshop jeden Tag um 8 Uhr live so oft die Frage, was denn nun meine Meinung zu MW2 ist und ob es eine Kaufempfehlung gibt und so weiter. Und ich dachte mir, ich mache jetzt einfach mal ein zusammenfassendes Video, wie denn nun derzeit meine Meinung dazu ist. Bevor wir aber dazu kommen, erst einmal Dankeschön, dass das erste MW2-Video so krass gut angekommen ist. Freut mich natürlich sehr. Und natürlich gilt auch heute wieder, lasst sehr gerne ein kostenloses Abo da, um keinen zukünftigen Warzone- oder MW2-Videos mehr zu verpassen. So, kommen wir jetzt aber nun zu meiner Meinung. Ich habe mir jetzt extra hier ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, meine Pro- und Contra-Liste, damit ich nichts vergesse. Ich werde natürlich trotzdem irgendwas vergessen haben, deswegen schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare, falls ihr irgendein Pro- oder Contra-Argument noch irgendwie übrig habt. Und wir machen es wie bei einem guten Vortrag. Wir fangen erst mit der Pro-Seite an und dann mit der Contra-Seite, weil die Contra-Seite auch definitiv viel, viel, viel länger ist. Am Ende wird es natürlich auch nochmal ein abschließendes Fazit geben, ob es meiner Meinung nach wirklich sinnvoll ist, dieses Spiel zu kaufen oder halt nicht. So, jetzt aber genug drum rumgelabert, fangen wir doch mal an mit der Pro-Seite. Der allererste Punkt sind die Tarnungen. Es gibt extrem viele Tarnungen, sehr viele neue Tarnungen auch und sehr, sehr viele geile, auch Standard-Tarnungen. Man kann die erspielten Tarnungen auf jede Waffe drauf machen und auf jeder Waffe sieht die eigentlich auch richtig, richtig gut aus, muss ich sagen. Und vor allem muss man hierbei die Gold-Tarnung loben, die ist wirklich so gut wie noch nie in irgendeinem anderen COD. Alles das Magazin, die Kugel, der Schalter und und und, alles in Gold, das sieht so unglaublich crispy clean aus. Und auch die ganzen anderen Tarnungen, Platin, Polyatomar und Orion sehen auch richtig, richtig sexy aus. Macht richtig viel Spaß, auf die ganzen Tarnungen zu gehen. Apropos, ich habe ja beim ersten MW2-Video schon so ein bisschen angeteasert, dass ich eigentlich eine Gold-Serie machen möchte, aber ich bin irgendwie noch nicht so richtig überzeugt davon. Hättet ihr Bock, dass ich da wirklich ein Video zu mache? Also ich stelle mir dann diese YouTube-Serie so vor, dass ich halt eine Waffe auf Gold erspiele, dann die besten Clips immer dabei sammle, während ich das halt mache. Dann zeige ich halt die Gold-Tarnung, gebe noch ein paar Tipps und Tricks, was ich gemerkt habe oder was am besten für mich meiner Meinung nach war, um die Gold-Tarnung zu bekommen bei den ganzen Challenges. Und sage am Ende am besten noch meine persönliche beste Klasse damit. Hättet ihr da Bock drauf oder nicht? Schreibt es mir sehr, sehr gerne in die Kommentare. Wenn ich sehen sollte, dass ihr da richtig, richtig Bock drauf habt, dann lässt sich das sicherlich einrichten. Kommen wir zum nächsten Positivpunkt, das Kill-Gefühl. Das ist wirklich ultra, ultra sexy. Also das Gefühl, wenn man halt einen Kill macht. Okay, das ist selbsterklärend gewesen. Also man muss schon sagen, ein Kill fühlt sich sehr, sehr belohnt an. Vor allem, wenn man dann einen Headshot hittet, ist es so unglaublich sexy, dieses Geräusch danach. Generell halt auch dieses Geräusch, wenn man einen Kill macht, das ist so, so geil. Deswegen, das ist schon sehr, sehr wichtig, auch für Spielgefühl. Der dritte Punkt bei den Pros habe ich eigentlich auch schon ganz kurz angeteasert, aber ist die Grafik sehr, sehr geil. Man muss schon sagen, COD sah wirklich noch nie, auch nur ansatzweise jemals so gut aus wie jetzt gerade. Und kommen wir zum nächsten Pro-Argument und damit tatsächlich gleichzeitig auch schon der letzte, ist nämlich die Audio. Zum einen habe ich ja vorhin auch schon erwähnt, wie gesagt, das Kill-Gefühl, die ganzen Sounds, wenn man halt Kills macht, richtig, richtig geil. Aber zum anderen auch die Waffensounds, so, so geil. Wenn du mit so einer AK ohne Schalldämpfer schießt, das scheppert so in deinem Ohr, aber so geile Scheppern. Gerade, wenn man natürlich auch nochmal ein Headset auf hat, da ist es einfach nochmal so, so extra geil. Ja, aber wie gesagt, das war es dann auch schon mit den Pro-Argumenten, muss ich sagen. Kommen wir aber nun direkt zu den ganzen Contras. Der allererste Punkt ist eigentlich der größte Punkt, aber ich will es so kurz wie möglich ansprechen, weil es ist eh schon gestern. Skill-Best Matchmaking ist so ein elendiges Thema und ich mag da auch gar nicht mehr drüber reden. Es wird jetzt wahrscheinlich für immer ein Call of Duty bleiben, weil er aktivisch gemerkt hat, dann kaufen die ganzen Noobs halt das Spiel die ganze Zeit immer und immer wieder. Von mir aus soll es auch wirklich für die ganzen Anfänger, die wirklich erst zum ersten Mal irgendwie Controller spielen und so weiter, für die soll es wirklich gerne diese Skill-Best Matchmaking-Lobbys geben. Aber sobald man dann irgendwie ein bestimmtes Level erreicht hat oder irgendwie ähnliches, dann soll man gerne in irgendeinen Pool geworfen werden, wo alle gegen alle spielen können. In ganz normal Casual-Public-Lobbys. In Rank natürlich gerne Skill-Best Matchmaking, da soll Skill-Best Matchmaking so gut es geht sein. Ich will das Thema jetzt auch gar nicht so groß aufmachen, darüber haben wir in den letzten Jahren schon alle diskutiert, deswegen ist es auch egal. Und es gibt halt noch so viele andere Punkte, die noch so viel wichtiger sind, die wir auch noch besprechen müssen. Kommen wir zum zweiten Punkt, der eine sehr, sehr krasse Neuerung ist, die es noch nie so in COD-Feuer gab, nämlich die absolut langsamste Aim-Down-Side-Time. Also wie langsam man ins Visier geht mit der Waffe, sowas gab es noch nie in irgendeinem Call of Duty. Es ist so unglaublich langsam, es ist wirklich nicht mehr normal. Man geht ja schon sehr langsam ins Visier, wenn man einfach nur ganz normal ins Visier geht. Dann geht es ja nochmal noch langsamer ins Visier, wenn man im Sprinten ins Visier geht. Dann, wenn man im Taktik-Sprinten dann ins Visier geht, dann geht es extrem langsam ins Visier. Und wenn man dann aus dem Sprung ins Visier geht, das ist wirklich eine Total-Katastrophe. Natürlich, das ist realistisch, aber COD wollte noch nie realistisch sein. COD war schon immer ein Casual-Shooter, wo man einfach nur Run and Gunnen sollte. Und dadurch, dass man jetzt umso langsamer ins Visier geht, desto schneller man sich bewegt, dadurch werden natürlich umso mehr die Leute belohnt, die sich halt nicht bewegen. Und die Leute, die sich tendenziell eher nicht bewegen, sind halt eher die schlechteren Leute. Und das Problem ist, bei dieser absolut langsame ADS-Time ist halt, dass jetzt alle Leute, auch die guten Spieler, komplett nur noch im Visier hocken. Denn diese absolut langsame ADS-Time in Kombination nämlich mit dem dritten Punkt, der Time-to-Kill, beziehungsweise der extrem langsamen Time-to-Kill, ich glaube, das ist die langsamste Time-to-Kill, die es jemals in überhaupt irgendeinem COD mal wieder gab. Also man geht nicht nur extrem langsam ins Visier, sondern auch noch die Time-to-Kill ist extrem langsam, sodass man nicht mal mehr ins Visier gehen kann, bevor man tot ist. Also der schlechte Camper, der die ganze Zeit nur in einem Raum ist und sich nicht bewegt und die ganze Zeit nur eine Tür abaimt, wird immer denjenigen, der viel, viel besser ist, der gerade in den Raum reinrennt, töten. Denn derjenige, der sich bewegt, der ist mal im Nachteil und der wird dafür bestraft. Vor allem dieses extrem starke Skibest Matchmaking, das hätte ja eigentlich schon gereicht, um die ganzen Noobs zu beschützen. Nein, es muss noch mehr getan werden, damit die Noobs sich noch wohler fühlen. Man wird als schlechter Spieler durch dieses extreme Skibest Matchmaking in eine Watte gepackt. Aber diese Skibest Matchmaking-Watte, die reicht nicht aus. Man muss noch mehr den Spieler beschützen, indem man noch die Time-to-Kill noch viel niedriger macht. Die ADS-Time noch schön erhöhen, dass jeder Camper noch im Vorteil ist. Und als letzten großen Punkt, um die Watte noch viel größer zu machen, das Movement komplett zu versagen. Man kann nicht mehr sliden, man kann nicht mehr springen. Wenn man sprintet, ist man komplett im Nachteil. Movement bringt absolut gar nichts. Die Skill-Gap war noch nie so gering wie in Modern Warfare 2. Das ist alles dafür, dass immer mehr neue Spieler zu dem COD kommen, dass immer mehr neue Leute Geld bezahlen für dieses Spiel. Denn die ganzen Hardcore-COD-Fans, die holen sich das Spiel eh und werden es auch eh spielen, weil sie nun mal süchtig sind. Und die absolute Mehrheit an Spielern sind nun mal die Leute, die halt einfach nicht so gut sind. Und damit meine ich nicht mal euch, die gerade das Video gucken, egal welche KD ihr habt. Dadurch, dass ihr schon COD-Videos anguckt, seid ihr in einer gewissen Skill-Gap drin. Es gibt so viele Leute da draußen, die dieses COD spielen, von denen wir absolut keine Ahnung haben und die wir auch niemals durch Skibest Matchmaking sehen werden, was auch okay ist. Packt sie ruhig mit Skibest Matchmaking in irgendeinen Topf rein, den wir niemals sehen werden, aber bitte verringert doch jetzt noch nicht die Skill-Gap ins Unermessliche Geringe. So, soviel zum Gameplay, aber es gibt auch noch so viele andere Punkte außerhalb des Gameplays, die dieses Spiel auch nochmal schlechter macht. Denn der nächste Punkt, die Aufsätze bringen absolut gar nichts. Hä? In den damaligen CODs war das System so schön einfach und unkompliziert. Du hast einen Schnellziehengriff gehabt, damit bist du halt einfach schneller ins Visier gegangen. Du hast einen Vordergriff gehabt, damit war halt einfach der Rückstoß ein bisschen geringer. Erweitertes Magazin, hat es halt einfach ein größeres Magazin. Ganz simpel und ohne irgendwelchen tausend Nachteile. Derzeitig lohnt es sich wirklich gar nicht, irgendwelche Aufsätze drauf zu machen. Du machst irgendeinen Schaft drauf, hast zwei Vorteile und vier Nachteile. Und wenn du da mal diese extrem lange ADS-Timer verringern möchtest, dann hat jeder Aufsatz, der das tut, macht die Waffe so unglaublich schlecht vom Rückstoß. Ich habe das in letzter Zeit wirklich so oft gehabt, dass ich eine Waffe irgendwie auf Stufe 15 hatte und nur einen Rotpunkt drauf hatte, weil der Rest alles Kacke war. Also mal eine ernst gemeinte Frage, wofür gibt es diese Aufsätze? Der nächste Punkt ist für viele Leute wahrscheinlich gar nicht so interessant, aber für mich persönlich stört es mich schon ein bisschen. Ist jetzt nicht so schlimm, dass es jetzt da ist, aber es ist halt schon Kacke. Das sind nämlich die Waffennamen. Ich hasse es, dass ich eine MP7 spiele und die heißt dann irgendwie Kf773. Oder die absolute Legenden AK47 heißt irgendwie so komisch. Ich weiß nicht mal, wie sie heißt. Das wird halt daran liegen, dass Activision die ganzen Lizenzen dafür nicht bekommen hat, aber ich denke mal, die haben wirklich genug Geld, um es halt eigentlich zu holen. Das Problem ist halt wahrscheinlich, dass die Lizenzen halt Geld kosten und sie halt kein Geld bringen. Ist jetzt wie gesagt nur ein kleiner Punkt, aber ich wollte es trotzdem auch mal erwähnen. Was aber wiederum absolut gar kein kleiner Punkt ist, sind die ganzen Gamecrashes. Egal ob PC oder Konsole, es ist grauenhaft. Ich möchte gar nicht wissen, wie oft mein Game schon abgestürzt ist und ich möchte vor allem nicht wissen, wie schlimm es auf Konsole ist. Es gibt auch so viele Bugs, als hätten sie dieses Game irgendwie erst vor einem Jahr oder so angefangen zu produzieren. Alleine, dass man nicht mal in einer Vierer-Party zusammenspielen kann, das normalste der Welt in COD. Dann fängt bei der Lobbysuche an, das Game zu crashen. Oder wenn man in den Klasseneditor geht, wie man ein Lobby sucht oder so, es fängt immer wieder an, das Game zu crashen. Die nächste Sache, wie das Game für PS4 rauszukommen ist, ist ja wirklich bodenlos. Du hast einfach keine Sounds, wenn du irgendwie eine Tür aufmachst, gegnerische Steps oder Granaten, die explodieren. Ja, es ist All-Gen und vielleicht schafft es die Konsole nicht mehr, aber dann bringt das Game wirklich nicht so viel für die PlayStation 4 raus. Eine andere Sache, die auch das Normalste der Welt in jedem COD war, dass man die KD nachgucken konnte. Das gab es schon immer in jedem COD, sogar in den Betas gab es das, glaube ich. Wie kann es eine so für COD normale Sache einfach nicht geben? Apropos für COD eine völlig normale Sache, die es bisher immer gegeben hat. Hardcore-Modus. Wo ist der? Wie kann es bitte zu Release keinen Hardcore-Game? Und ich weiß, da draußen spielen sehr viele Leute sehr gerne Hardcore. Wo ist da bitte die Begründung? Wie gesagt, das Game ist nicht erst vor einem Jahr produziert worden. Auch noch kleine weitere Kontrapunkte sind, die jetzt nicht so spielenscheinend sind, sage ich mal, aber die trotzdem sehr nervig sind, dass sie nicht da sind. Man kann keine Waffenbaupläne speichern. Es gibt irgendwie 100 verschiedene Aufsätze bei den ganzen verschiedenen Waffen. Und dann kann man nochmal jeweils jeden Aufsatz tunen, zu einem bestimmten Grad. Geht zwar gerade nicht, weil es buggy war und nicht funktioniert hat. Aber rein theoretisch könnte man nochmal jeden einzelnen Aufsatz tunen für jede einzelne Waffe. Ja klar, ich merke mir gerne für 51 verschiedene Waffen, welchen Griff ich wie tunen muss. Natürlich. Eine weitere Kleinigkeit, die es auch vorher in jedem COD gab, man kriegt einfach keine Fortschrittsbenachrichtigung, wenn man irgendwie eine Tarnung oder sowas spielt hat. Das ist doch sowas Selbstverständliches für COD, ich verstehe es einfach nicht. Man kann nicht mal sehen, wie lange man noch Doppel-XP hat. Und als letzten abschließenden Punkt sind die Maps, dazu sage ich einfach gar nichts und jetzt ist einfach nur diesen Clip für mich reden. What the fuck is this piece of shit? So, ich habe euch ja noch ein abschließendes Fazit versprochen. Und zum jetzigen Zeitpunkt gebe ich dem COD eine absolute 3 von 10. Wenn ihr Waffen leveln wollt oder Tarnunger spielen wollt für Warson 2, dann lohnt es sich zu kaufen. Klar. Wenn ihr aber einfach nur einen guten Call of Duty Multiplayer spielen wollt, dann würde ich euch das Ganze eigentlich eher nicht empfehlen. Und verstehe mich nicht falsch, man kann in diesem COD natürlich auch Spaß haben. Es gibt natürlich auch Momente. Gerade wenn man sehr, sehr defensiv spielt und gerade Killstreaks und so weiter bekommt, dann macht es auch sehr Spaß. Man muss aber halt wie gesagt dafür sehr, 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 sehr defensiv spielen. Und es wird natürlich auch viele Leute da draußen geben, die gerne so defensiv spielen. Gut, das war es auch wieder von mir. Vergesst, wie gesagt, nicht die Kommentare, falls ich irgendwas vergessen haben sollte. Lasst auch sehr, sehr gerne, wie gesagt, ein kostenloses Abo da. Viele der Punkte, die ich gerade genannt habe, die werden wahrscheinlich hoffentlich auch noch bald gepatcht. Das Einzige, was da hilft, ist Daumen drücken. So, jetzt aber haut rein. So, jetzt erleben wir uns doch neig und vielleicht Bonus lovers zum Beispiel. So, jetzt habe ich mich ganz schnell, erstellen dir das entender wie gesagt. So, jetzt reden wir uns doch aus.